Servus und Grüß Gott, wie die Kenner von euch gesehen haben, sind wir in Reichenbach unterwegs. Eben konnte man schon das Rubyhorn sehen und heute an dem schönen Sonntag bei unserer kleinen Ratto, konnte es mir nicht nehmen lassen, mal dem Herrn wirkschen, die Reichenbacher Brotzeitbox zu zeigen. Jetzt geht es immer der Sonne entgegen und zwar fahren wir jetzt Richtung Oberstdorf, dort wollen wir nicht direkt einkehren, sondern zu Gold. Lasst euch überraschen, kommt mit! So, jetzt sind wir am Kieswüß und hier gibt es das Bein Sof. Schauen wir mal, kommt mit! So, hier gibt es ein Kühlschrank. Was Feines auf der Hand, Herr Bergschön. Brezel, Landgeäger und Kräuterbutter was für dich und für mich was Süßes. Ja, also für mich gibt es eine Mussecke und der Bergschön konnte sich jetzt überhaupt nicht entscheiden, ob er jetzt lieber Brezel mit zweierlei Käse und Kräuterbutter oder mit Landgeäger. Also, ihr macht beides gleich. Und ein bisschen bleibt bestimmt für mich auch übrig. Und Bösserchen natürlich! So, lecker war's! Und jetzt geht es wieder nach Hause. Ciao, bis zum nächsten Mal! Ciao, bis zum nächsten Mal!